Hallo meine lieben, coolen, treuen Fans. In diesem Video möchte ich hier in unserem neuen DM einfach echt etliche coole Neuerungen zeigen. Let's go! Also hier in unserem neuen DM sind es etliche, viele neue Fotostationen. Und man kann sogar jetzt selber jetzt sogar scannen, auch total echt cool. Und Passbilder-Service, bitte angeboten, einfach cool. Und die Bilder, die man hier an den Fotostationen macht, kann man dann direkt hier dann sichern, ausdrucken lassen. Und man kann sie sogar selber holen. Total echt cool. Echt cool. Also ich bin beeindruckt jedenfalls. Und dann gibt es hier eine Littlepix-Fotostation. Die Bilder von der Littlepix-Station sehen so aus. Ist in dem Format. Ebenfalls cool. Und dann kann man auch selbstverständlich auch wieder Fototassen sich machen. Und auch Foto-Thermo-Behältnisse und auch Foto-Handy-Hüllen und vieles weitere mehr. Einfach total echt cool. Also ich bin beeindruckt. Und weil ich auch, wo schon darauf ist, echt von hier jetzt beeindruckt bin, ist einfach, ist alles total übersichtlich. Und die Gänge sind sehr viel breiter. Also echt hammergeil hier. Also ich, ich liebe es. Das war mein Lieblingsladen hier einfach. Und auch hier wieder die berühmte Abholstation. Also ich, ich bin einfach beeindruckt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao.